Wenn ein Mensch nichts gefunden hat, wofür er sterben würde, eignet er sich nicht zum Leben. Ein Zitat von Martin Luther King. Gefällt es Ihnen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir müssen mit einem Controller-Test fortfahren. Der Test ist beendet. Danke für Ihre Kooperation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017